die herzlich willkommen zurück zu einer mein kreft folgt schwer und wir wollen nicht hier fettig müssen und wie hier nicht fertig sind da ist jetzt ein bisschen durften lassen sich das doch lieber so wo wir letzten stehen geblieben sind wir wollten immer noch einen garten bauen den wir immer noch nicht fertig haben jammer schade leider auch so aber was will man machen bei mir ist immer ein garten richtig groß deswegen machen wir ein schönes große weizen haben wir einverstanden nein ok lieber nicht aber ich brauche trotzdem weiter noch den schrott ab hier ich brauche noch eisenspitzhacke und wir sind noch auf der suche nach diamanten hier auf der oberfläche super ne habt ihr noch nie gesehen so ich habe schon gedacht ich habe ich hätte die rote folge vergessen aber ich habe die nicht vergessen ich habe die letztens gesehen richtig gut müsst ihr euch rein schauen sonst war ich euch also das geht auch nicht auf jeden fall naruto sehr zu empfehlen naruto ist geil gibt noch andere animes aber zurzeit ist naruto eigentlich mein favorite beziehungsweise die ist auch noch richtig geil kann aber leider keine folge von den gucken ich weiß gerade auch nicht wo deswegen lasse ich mir lieber zeit weil sowieso der anime zurzeit ausgegangen ist und deswegen lasse ich mir zeit ich glaube der manga geht auch weiter und was will ich noch mal sagen ja der manga geht weiter aber der anime leider nicht weil der angeblich schon beendet wurde mir gibt es da gar nicht glaub ich zu sagen so alles weg tut die vor wie alles hier schon wächst es wächst ich will aber hier kein urwald hier erreichen sondern hier ein schönes modernes haus was mache ich denn habe ich keine steine habe ich noch nicht mehr holz doch hier aus super wir können jetzt ist die frage ob wir das aus birkenholz machen oder aus akazienholz aber akazienholz das hat mehr style denke ich mir nähe wirken heute labern wir nicht viel rum machen wir aus birkenholz jolis anschließend rein hochstein andersie schief die blabl spinnauge haben wir noch hier paar kerne kartoffeln haben wir auch noch was wir alles anpflanzen können ja das können wir eigentlich wir hätten das sand wir hätten das sand eigentlich ruhig dran lassen können aber egal ich hab hier hinten auch noch für die schönen zuckerröhrchen und für den schütt kaktus machen wir lieber mal hier hin so da kann man damit geht nicht an den bomben wir bomben das so geht es aber nicht der ist alleine das geht sowieso nicht Aua der kaktus greift mich an so schnellen Äpfel fressen oh nein es wird dunkel boah Alter das Wandjump so Birkenholz das wollte ich nicht so guckt euch mal an ich nehme direkt mal die Form an ist ja mal richtig geil deswegen und das ist auch so ein geiler Effekt ne so bum 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 das hört sich schon geil an ich denke das wird auch nur ein garten sein also was anderes kann ich mir gerade auch nicht vorstellen falls ich was anderes im kopf habe setze ich das auch um sagen wir es mal so das weiß ich nicht ja guck mal guck mal an aber ich glaube es ist Das ist voll die Bühne, voll der Form, sorry und so. Oh! Ist leider ausgegangen, kein Problem, wir haben noch mehr. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt gerade so eine ganze Zeit planete, aber dafür ist die Nachtschicht da. Naja, also falls ihr Zombies kommen und die mich hier wegsnacken wollen, habt ihr ja was. Falls sie überhaupt kommen, also so wie es aussieht, kommen die nicht. Aber das Schwein, das will mich gerne besuchen. Ja! Dann spenden wir dich mal schön ein. Oh! Ah nein, was mache ich denn? Ah! Ja! Jetzt noch eine Etage höher. Jetzt haben wir kein Wirkenholz mehr. Jetzt gehen wir mal ein bisschen farmen. Gut, dass ich die noch hin gemacht habe hier. Ja! Jetzt hat er die alle, die spawned. Was ist das denn? Äh, das ist, das ist ein bisschen böse gemacht. Also ich find's schon cool gemacht, dass man hier mit einem Schlag halt, mit einem Hieb halt, die das ganze Welt abmachen kann. Und das ist noch schnell, ähm, hier noch. Oh! Okay, ich glaube der Server lags auch ein bisschen, oder? Ich lege ein bisschen. Mh, nee. Oh, wenn ich jetzt gleich sterbe, oh mein Gott, wenn ich jetzt gleich sterbe, wenn ich gleich sterbe, wenn ich gleich sterbe, wenn ich gleich sterbe, dann raste ich ein bisschen aus. Weil hier, wenn das Bett kaputt ist, dann bin ich hier, habe ich verloren. Dann kommt meine Stimmung und macht mich wieder voll kaputt. So. Oh, leider auch kaputt. Ja, von allen Seiten. Weg mit dir. Hast du Bohnenmeer? Ach, schade. Leider nicht. Leider nicht. Leider gar nicht. Alter, ich höre. Ist das wieder ein Enderman? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Kripper. Wow. Das hätte mir aber schon Schaden gemacht. Ich muss mir gleich auch eine Axt machen. So, habe ich alles eingesammelt. Ich müsste. Ja. Habe ich alles eingesammelt. Jetzt können wir wieder schön Holz hinbauen. Denke ich mal. Oder nicht. Aber erstmal drei Eisen, damit ich wieder eine schöne Axt bauen kann. Bam. Ah, da wir schon bei der Crafting Table sind. Boah, guck mal. Guck mal. Guck mal. Ey, wie schön das ist. Ey. Ich bin... Oh, was? Oh, alter. Wie... Ich hasse diese kleinen Sonne. Ich habe noch ein super Fenster. Boah, das könnte ich geil als Fenster machen. Junge, Schwein, du hast mir echt geholfen. Das stimmt eigentlich. Das hat mir echt geholfen. Mh. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja. Könnte man mal machen. So, jetzt machen wir noch schnell die erste Etage. Ach, noch... Nein! Ich bringe noch nicht runter. So, machen wir noch schnell die eine Etage. Und danach kommt das Dach. René, ich glaube, ich lasse erst mal das Dach. Ähm... Ich mache erst mal das Gewächs. Und danach das Dach, denke ich mal. Jetzt ist aber die Frage aus Holz oder aus? Ein Glas. Ah! Sauber! Aber ich muss das Schwein hier gleich raus holen. Äh... Raus... Hier... Raus bringen. Ah, stimmt. Da siehst du. Da habe ich auch vergessen. Der Eimer und die Tür. Der Eimer und die Tür. Der Eimer und die Tür. Da hast du was vergessen. Guck Gott dir an. Und die Tür. Nicht vergessen. Ah, hohohoho. Oh! Egal, wie sind... Full-Eisen! Full-Metal, Junge. Ich kann uns direkt Full-Metal-Cheng nennen. Oh! Guck mal. Guck mal. Bäm! Boah, geil. Sieht schon ein bisschen geil aus, äh. Und hier machen wir ein paar Fenster rein und dann alles gut. Ähm... Das Wasser brauchen wir hier. Die Tür brauchen wir nicht mehr. Ah, na. Ja, so ist gut. So ist das gut. Warte mal. Ich brauche hier die Schaufel. Ah, Mann! Ich brauche die Schaufel. So, hier ist ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof. Drei. So, und dann... Uh, ich muss ein bisschen umsetzen, ja. So, ich muss jetzt ein bisschen umsetzen. Ich denke mal, so müsste es eigentlich auch funktionieren. Ah, scheiße, das ist keine Quelle. Hm, hm. Ich habe noch keine Quelle. Äh, ne, auch keine Quelle. Schade. Ich habe immer so eine Atmosphäre von Lava und Wasser. So, tsch. Hä? Jetzt ist das ungerade. Da ist jetzt schon wieder ungerade. Und da ist es gerade! Yeah! So, dann müsste es eigentlich hier auch möglich sein, alles pflanzen zu können. Ja! Das ist möglich. So, dann müsste es da hinkommen und dann kommt es einmal da hin. Ich hoffe, die sind... Oh, guck mal! Da ist hier einer dabei! Hier ist ja einer gerade reingejoint, wo ich gerade bin. Machen wir jetzt einfach mal so, dass wir nichts wissen. Das wissen wir natürlich nicht, wo wir sind. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. Wenn er weiß, wo wir sind. Hm. Nein, natürlich nicht. Aber... Ich... Oh! Ne. Sag mal die Codes. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Hehe. Ich hoffe, der kommt nicht. Sauber. Guck mal. So. Das... Das müsste eigentlich... Oh, passen, weil das auch 3. So ist es gut. Ah, scheiße! Ich habe mich jetzt gerade gekratzt. Ah, Moment. Ich brauche kurz ein Tüschlein. Ein Tüschlein! Warum bist du so weit weg? So. Ja. Das frage ich mich auf. Puh. Äh. Ja. Falls ich auch viele fragen. Oder... Falls wir sich fragen, so... Hä, warum geht der so weit weg? Warum? Ja, weil ich nicht da in der Nähe bleiben möchte. Da kommt schon wieder so ein Spawnschutzpunkt oder so. Weißt du? Hahaha. Nein, natürlich nicht. Äh. Ist geil, weißt du? Was? Was? Ist ja schon leer. Aber ich, äh, geb ihm mal schön die Koordinaten. Kannst, äh, gerne, gerne kommen. Wenn du möchtest. Ähm. Warte. Ich gebe dir die Koordinaten. Ich gebe dir die Koordinaten. Das ist eigentlich voll falsch geschrieben. Aber egal. So. Wo sind wir denn? Ähm. Oh. Ähm. Minus 14392. Komma 744. Äh. Y916. Äh, ne 36. Da, 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 da. Ja, und, ähm. Das Z ist minus 2403. Komma 928. Viel Spaß! wir müssen jetzt uns eine schöne neue hacke machen ich muss auch noch die druckplatten machen nur das nervt ein bisschen wenn ich jetzt die tür offen lasse offen bleiben lassen diese das ja türen können ja hier sehr schön stecken lassen druckplatten machen die trugplatten wie macht man die trugplatten aha guck mal und ne hacke sauber soll die ziegen möchte hier noch fahren weil ich mag die nein wir brauchen ja vielleicht nur wir können ja nicht nur vegan leben das geht ja so gar nicht okay dann wird die eine ne ich mach das lieber auf stein hier oh nein das lassen wir ruhig aus erde das ist das ist schon schön so auch viel geiler aus oder ja alles super wir machen wir noch weiter hier dann muss kurz abnissen 1 2 3 1 2 3 ok nee warte mal doch 1 2 3 1 2 3 ja doch das müsste eigentlich auch so passen jetzt müssen wir noch die richtung jetzt noch schön einmal wasser holen oh nein das ist ein loch ja das ist schon wieder noch meine geht ja eigentlich mal gucken ob der noch kommt vielleicht in dieser folge nicht mehr aber ich gehe mal davon aus dass er kommt ich gehe mal davon aus dass er kommt ich gehe mal voll praktisch dass wir so ein fenster gemacht haben ne da hat unser schwein mal schön geholfen hat sich auch mal seinen senf dazu gegeben und ich glaube die folge ist auch leider nun schon vorbei ich danke vielmals fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und würde sagen bis zum nächsten mal haut rein